William K. Stewart, Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes und Davids linker Fuß Die neuen Abenteuer, Folge 39 Erzählt von Rupert Pichler Es war früher Nachmittag, als Sherlock Holmes und ich am Bahnhof Santa Maria Novella in Florenz unseren Zug verließen. Wir waren hierher zurückgekehrt, um einen offenen Fall aufzuklären, der sich im Zuge unserer Reise durch Italien gewissermaßen beiläufig ergeben hatte. Unser eigentlicher Auftrag war bereits erledigt. Nach dem Tod von Papst Leo XIII. waren wir nach Rom gerufen worden, um im Vatikan das bedrohte Konklave zu beschützen. Trotz des einen oder anderen unangenehmen Ereignisses, das ich am Ufer des Tibers zu erdulden hatte, konnten wir alle Hindernisse überwinden, die Verschwörung aufdecken und die Wahl eines neuen Papstes ermöglichen. Dass wir nun auf unserer Rückreise nach London nochmals in Florenz Station machten, hatte mit unserer Anreise zu tun. Denn auch im Zuge dieser hatte Holmes einen Aufenthalt in der Toscana geplant, mit einem für mich überraschenden Zweck. Mein Freund führte mich damals in die Galerie der Akademie der schönen Künste, um Michelangelos Statue des David zu besuchen, wovon er sich, wie er es formulierte, Inspiration, Präzision und Entschlossenheit versprach. Bei diesem Unterfangen wurden wir jedoch Zeugen eines entsetzlichen Vandalenaktes. Ein junger Mann rückte mit Hammer und Meißel dem marmornen Körper Davids zu Leibe und schlug tatsächlich die große Zehe des linken Fußes ab. Obwohl ich sofort einschritt, gelang dem ruchlosen Kerl die Flucht mitsamt seiner Diebesbeute. Zurück blieben ein malträtiertes Kunstwerk, das behelfsmäßig restauriert wurde, ein betrübter Museumsdirektor, ein erschütterter Bürgermeister sowie eine einigermaßen hilflose florentinische Polizei. Letzteres war auch der Grund, warum Holmes zugesagt hatte, nach Erledigung der Aufgaben in Rom nach Florenz zurückzukehren und an der Aufklärung des partiellen Kunstdiebstahls mitzuwirken. Und da waren wir nun wieder. Die städtische Polizei hatte wohl größtes Vertrauen in die Fähigkeiten des berühmten englischen Detektivs oder allzu geringes Vertrauen in die eigenen. Denn sie ließ uns bei den Ermittlungen weitgehend freie Hand. Man stellte uns einen recht jungen Polizeibeamten zur Seite, der uns am Bahnhof in Empfang nahm. Womöglich war die Wahl auf ausgerechnet diesen, nicht allzu erfahrenen Kollegen gefallen, weil er über passable Englischkenntnisse verfügte. »Willkommen in Florenz, meine Herren«, begrüßte er uns am Bahnsteig, als er uns in der Menge der Fahrgäste ausgemacht hatte. »Mein Name ist Giuseppe Massetti. Ich wurde ihnen zugeteilt, um ihnen bei ihren Ermittlungen zu helfen.« »Sehr erfreut«, erwiderte Holmes mit einem reservierten Kopfnicken, während ich höflicherweise die ausgestreckte Hand des Beamten ergriff. »Vielen Dank für den Empfang und die Unterstützung, Kommissario.« »Ich bin nur Argent de Skelto«, korrigierte Massetti. »Wenn Sie mir zum Vorplatz folgen wollen, es wartet ein motorisierter Wagen, der Sie zunächst in Ihre Unterkunft bringen wird.« »Das wird nicht nötig sein«, entgegnete Holmes sofort. »Unser Gepäck können wir im Kofferraum lassen oder auf einer Ihrer Polizeistationen. Ich würde es bevorzugen, wenn wir umgehend an die Arbeit gehen könnten.« Der italienische Polizist war überrascht, hob dann aber gleichgültig die Schultern. »Wir Sie wünschen, Mr. Holmes. In diesem Fall begeben wir uns auf das Kommissariat San Giovanni. Dort werden Ihnen unsere bisherigen Ergebnisse präsentiert.« Wir verließen den Bahnsteig, gingen durch die Halle und erreichten den Vorplatz. Währenddessen beobachtete Holmes unseren einheimischen Kollegen erstaunlich genau, um ihn vor unserer Ankunft am Wagen nochmals anzusprechen. »Verzeihen Sie, Signor Mazzetti«, begann er. »Wie Sie schon selbst erwähnt haben und wie ich auch an den Schulterklappen Ihrer Uniform sehe, bekleiden Sie einen unteren Dienstgrad der urbanen Polizei. Es ist doch ein wenig erstaunlich, dass kein Kommissar oder wenigstens ein Inspektor mit diesem wichtigen Fall betraut wurde.« Der junge Mann, der vielleicht Mitte zwanzig sein mochte, nahm seine Kappe ab und strich sich nervös durch das schwarze Haar. »Sehen Sie, Mr. Holmes«, antwortete er, »es sind durchaus alle verfügbaren, erfahrenen Kollegen mit den Ermittlungen beschäftigt, und dies rund um die Uhr. Es gibt für uns gegenwärtig keine wichtigere Untersuchung, weswegen alle anderen geradezu unabkömmlich sind. »Ich verstehe«, warf ich skeptisch ein, »die einheimischen Behörden konzentrieren alles Personal für ihre eigenen Bemühungen. Dann sind wir wohl nur ein Akt, Beiwerk dem doch nicht zu großes Vertrauen entgegengebracht wird?« Mazzetti zögerte, ehe er eingestehen musste. »Der Bürgermeister ist davon überzeugt, dass der große Sherlock Holmes den Täter finden wird. Allerdings sehen dies meine Vorgesetzten ein wenig anders. Sie wollen den Fall mit ihren eigenen Mitteln lösen, ohne dass es die unerbetene Hilfe eines ausländischen Detektivs braucht.« »Man betrachtet unsere Anwesenheit also als Einmischung?«, hackte ich nach. »Gut, wir können auch sogleich wieder in den nächsten Zug steigen und abreisen.« »Nur die Ruhe, Watson«, meinte mich Holmes. »Es ist nicht ungewöhnlich, dass die einheimische Polizeileitung eine selbstbewusste Einstellung an den Tag legt und von ihren Fähigkeiten überzeugt ist. Kein Grund, beleidigt zu sein. Dann werden wir wohl zwei Ermittlermannschaften bilden, die einander gewiss zu Höchstleistungen antreiben. Entscheidend ist, dass am Ende die gewünschten Resultate vorliegen. Man wird unsere Tätigkeit ja nicht gleich sabotieren.« »Keinesfalls«, behauptete Massetti. »Ich kann Ihnen versichern, dass Sie mit allen nötigen Informationen versorgt werden und dass Ihnen meine ungeteilte Unterstützung gibt. Um ehrlich zu sein, dieser Auftrag ist für mich eine große Karrierechance. Es legt in meinem höchsten Interesse, dass wir die erfolgreiche Mannschaft sind.« Mit dieser Erklärung mussten und konnten wir zufrieden sein. Wir bestiegen das Automobil, das uns nun durch die alten Straßen von Florenz beförderte. Unterwegs erkundigte sich der italienische Beamte nochmals über den Tathergang. »Sie müssen wissen«, meinte er zunächst, »dass Ihre Anwesenheit bei dem Vandalen Akt und Diebstahl für Skepsis gesorgt hat. Einige meiner Kollegen können nicht verstehen, wie dieses Verbrechen direkt vor Ihren Augen durchgeführt werden konnte. Insofern wäre ich Ihnen verbunden, wenn Sie mir die Situation genau schildern könnten.« »Das werde ich übernehmen«, erwiderte ich rasch. Denn Holmes war zu diesem Zeitpunkt ein wenig abgelenkt. Nun, wir sind schon recht früh am Vormittag in die Akademie der schönen Künste gekommen. Schnellen Schrittes führte unser Weg durch die Galerie mit wenig Aufmerksamkeit für die anderen Kunstwerke. Wir begaben uns geradewegs in den Kuppelsaal, in die Tribuna, wo sich als zentrales Ausstellungsstück Michelangelos David befindet. Wir tauschten uns kurz über die Bedeutung des monumentalen Werkes aus. Dann kam auch schon ein junger Mann mit einer Werkzeugtasche herein. Ich vermutete, er würde zum Personal des Museums gehören und irgendeine Reparatur vornehmen. Umso entsetzter war ich, als er damit begann, den linken Fuß der Statue auf brachiale Weise zu bearbeiten. Mir war sofort klar, dass es sich um einen Vandalen handelte. Was ist dann geschehen? fragte Massetti, der die Erschütterung nicht verbergen konnte. Ich bin ein Mann der Tat, setzte ich fort. Ich habe in der britischen Armee in Afghanistan gedient. Daher entschied ich mich sofort, dem Kerl das Handwerk zu legen. Ich bin auf ihn losgestürmt, um die weitere Zerstörung zu verhindern. Allerdings war es trotzdem schon zu spät, denn die große Zehe war bereits abgeschlagen und fiel zu Boden. Es entbrannte ein Faustkampf zwischen uns, den ich mit klaren Vorteilen für mich entscheiden konnte. Der Täter ergriff die Flucht und ich nahm die Verfolgung auf. Leider stellte sich dabei heraus, dass ich zwar der bessere Faustkämpfer, aber der langsamere Läufer war. Der Verbrecher ist mir entwischt und ich kehrte in die Tribuna zurück, wo ich wieder mit Holmes zusammentraf. Und wo war die fehlende Zehe? Wollte der italienische Polizist wissen. Diese Frage hat mich durchaus beschäftigt, antwortete ich. Denn ich war eigentlich davon ausgegangen, dass der Täter bei seiner Flucht keine Zeit gehabt hätte, sie mitzunehmen, weswegen sie am Fuße des Denkmals liegen geblieben wäre. Doch dem war nicht so. Offenbar war es ihm gelungen, das Diebesgut an sich zu nehmen. Und dennoch ist er innen davongelaufen, konstatierte Holmes mit vorwurfsvollem Unterton. Immerhin trug der Täter damit ja einen gewissen Ballast bei sich. Die Davids-Statue ist rund 17 Fuß groß, hat also das dreifache Ausmaß eines lebenden Menschen. Daher ist auch die Zehe dreimal so groß wie eine wirkliche Zehe und sie besteht aus Marmorstein. Es war durchaus sportlich von unserem Dieb, dass er ihnen mit dieser Last entkommen ist. Aber ihre körperliche Glanzzeit des Afghanistan-Feldzuges liegt freilich schon ein paar Jahre zurück. Es mangelte mir auch ein wenig an Unterstützung, entgegnete ich unwirsch. Wären Sie nicht zu Gedanken verloren abseits gestanden, dann hätten wir den Kerl vielleicht überwältigt. Massetti unterbannt den kleinen Konflikt. Es nutzt nichts, darüber zu lamentieren, stellte er richtigerweise fest. Was geschehen ist, ist geschehen. Wir wollen den Blick nach vorne richten. Ich nickte etwas missmutig, während Holmes meinte, gewiss konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Ich darf zusammenfassen. Wir haben somit einen Tathergang umrissen, der offenkundig durchdacht und geplant war. Über den Täter wissen wir Folgendes. Er ist ein junger Mann, Italiener, athletisch, handwerklich geschickt. Und ein Kunstbanause, ergänzte ich. Wie kann man nur eines der bedeutendsten Werke der europäischen Renaissance beschädigen? Das bringt uns zur Erforschung des Motivs, erwiderte Holmes. Es ging dem Täter aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um die Beschädigung selbst, sondern um den Diebstahl eines Fragments der Statue. Was kann er damit bezwecken? Was kann er damit anfangen? Er wird die Zehe wohl nicht zu Hause auf seinem Kamin-Sims aufstellen. Vielleicht war es nur ein Blausbubenstreich, vermutete ich. Womöglich handelte es sich um eine Art Mutprobe. Holmes schüttelte den Kopf. Dafür war der persönliche Einsatz zu hoch. Es muss um mehr als bloße Anerkennung im Freundeskreis gehen. Aus der Tat muss sich ein weiterführender Vorteil ergeben, der nun realisiert werden will. Nachdem wir am Kommissariat San Giovanni angekommen waren, führte uns Massetti in das Büros des Dirigente, der das Amt leitete. Ein älterer Herr mit schütterem Haar und runder Brille erhob sich von seinem Schreibtisch, um uns mehr oder minder willkommen zu heißen. Sie müssen die englischen Detektive sein, meinte er unbeeindruckt. Ich bin Dirigente Umberto Arcari und leite die Ermittlungen. Guten Tag, sagte Holmes. Dr. Watson und ich hoffen, Sie hierbei unterstützen zu können. Der Dirigente kam hinter seinem Schreibtisch hervor und sah uns scharf an. Wir werden sehen, antwortete er. Über die Fälle des Sherlock Holmes liegen ja allerhand literarische Beschreibungen vor, die Ihr interessiertes Publikum finden. Ich sage Ihnen offen, ich gehöre nicht dazu, denn ich löse wirkliche Verbrechen. Für die Lektüre von Kriminalgeschichten fehlt mir die Zeit. Wenn Sie gestatten, entgegnete ich entschieden, die Schilderungen aus meiner Feder entsprechen vollständig der Wahrheit. Es handelt sich nicht um fiktive Erfindungen, sondern um präzise Berichte. Die Erfolge von Holmes sind real, das versichere ich Ihnen. Sie können sich glücklich schätzen, einen solch brillanten Detektiv in der Stadt zu haben. »Wie Sie meinen«, erwiderte Akari. »Ich möchte allerdings ein paar Dinge klarstellen. Es ist der Wunsch des Bürgermeisters, Sie beide an den Ermittlungen zu beteiligen. Er hat jedoch keine Ahnung von Polizeiarbeit und ich finde es unerträglich, dass er seinen eigenen Beamten so wenig zutraut. Als Untergeberner des Bürgermeisters entspreche ich natürlich seinen Anordnungen, doch im Konkreten treffe ich die Entscheidungen über die Vorgehensweise bei den Untersuchungen, die durchaus umfassend sind. Wir haben keine Zeit für Sie, das Kindermädchen zu spielen, doch Agente Masetti steht Ihnen trotzdem zur Verfügung. Sie werden also Ihre Ermittlungen durchführen, ohne meinen Leuten in die Quere zu kommen. Sie werden mir regelmäßig Bericht erstatten, Sie werden vor allem in keinster Weise irgendwelche Informationen an die Öffentlichkeit oder gar die Presse weitergeben, denn unsere Ermittlungen sind streng geheim. Niemand weiß etwas über die verschwundene Zehe des David und dabei soll es auch bleiben, bis der Fall aufgeklärt ist. Die provisorische Reparatur der Statue wurde von der Museumsleitung als zufällige Restaurierungsmaßnahme ausgegeben. »Ich verstehe«, erwiderte Holmes ruhig. »Wir werden uns selbstverständlich nach Ihren Vorstellungen richten und kein Störfaktor der florentinischen Polizeiarbeit sein. Da wir aber schon davon sprechen, dürften wir denn erfahren, wie es um die bisherigen Ermittlungsergebnisse bestellt ist?« »Meinetwegen, das dürfen Sie«, antwortete der Dirigente. »Unsere Untersuchungen führen in allerlei Richtungen, weswegen meine Leute an verschiedenen Fronten im Einsatz waren und sind. Einerseits sind wir auf den Straßen einer Reihe von kriminellen Jugendbanden auf der Spur, denen eine solche Devastierung zuzutrauen ist.« »Also ein Lausbubenstreich?« warf ich ein und Holmes einen kurzen Blick zu. »Ganz recht«, bestätigte Arkari. »Diese jungen Leute sind an Herz und Geist verdorben. Sie hinterlassen überall eine Spur der Verwüstung, nur aus Spaß. Ich muss allerdings gestehen, dies wäre die einfachste Lösung, für die es noch keine Anhaltspunkte gibt.« »Dabei wird es auch bleiben«, meinte Holmes. »Diesen Verdacht können Sie getrost zu den Akten legen, denn er ist zweifellos eine Sackgasse.« Der Dirigente reagierte nicht auf diesen Einwand und führte weiter aus. »Natürlich ist auch ein klassischer Kunstdiebstahl vorstellbar. Ein Täter bemächtigt sich eines prominenten Ausstellungsstückes und verkauft es auf dem Schwarzmarkt an den meistbietenden. Wir beobachten daher die uns bekannten Hehler.« »Ein überaus seltsamer Kunstdiebstahl«, entgegnete ich. »Könnte man die gesamte Statue, die wohl tausende Pfund wiegt, wegschaffen und zu Geld machen, dann würde es sich lohnen. Aber wer kauft schon die abgeschlagene Zehe einer Monumentalstatue, so berühmt sie auch sein mag?« »Es gibt für alles einen Markt«, belehrte mich Arkari sofort. »Amerikanische Millionäre, britische Aristokraten, russische Sammler und deutsche Archäologen raffen alles an sich, was sie für bedeutend halten. Und sei es nur ein Fragment. Dass dabei eine Beschädigung stattfindet, ist ihnen egal. Es geht um individuelle Geltungssucht.« »Diese Variante ist zumindest denkbar«, stimmte Holmes zu. »Allerdings ist dann damit zu rechnen, dass die Zehe längst außer Landes gebracht wurde, um sie im Ausland zu verkaufen.« »Sollte diese Vermutung zutreffen, so wird es überaus schwierig, das fehlende Zehenglied wieder zu beschaffen.« »Vielleicht müssen wir das auch nicht«, fügte der Dirigente eine weitere Theorie hinzu. »Es ist auch möglich, dass es sich um eine Erpressung handelt. Das bedeutet, dass der Täter die Zehe gegen ein astronomisches Lösegeld wieder aushändigen würde.« »Die Entführung der linken großen Zehe des David«, murmelte Holmes nachdenklich. »Das wäre allerdings ein bemerkenswerter Fall, den man keineswegs ausschließen kann. Jedoch müsste hierfür nun langsam ein entsprechendes Erpresserschreiben mitsamt einer finanziellen Forderung eintreffen. Ein solches hat das Museum wohl noch nicht erhalten, nicht wahr?« »Noch nicht«, erwiderte Arkari. »Wir warten ab.« »Ich sehe, Ihre Ermittler haben sich viele Gedanken gemacht«, attestierte mein Freund. »Wollen wir hoffen, dass eine dieser Theorien bald zum Täter führt. Insofern wollen wir sie nicht weiter belästigen und ihnen die Zeit stehlen. Vielen Dank für Ihr Entgegenkommen.« Nachdem wir uns verabschiedet hatten, fuhren wir gemeinsam mit Agente Masetti in die Galerie der Akademie, um mit dem Museumsdirektor zu sprechen. Er war jedoch nicht zugegen, weswegen wir mit seinem Assistenten Vorlieb nehmen mussten, Atilio de Maria. So sein Name zeigte uns nochmals den uns ohne dies bekannten Tatort, da die Ausstellung für heute bereits geschlossen war. Holmes begutachtete die behelfsmäßige, mit Gips erfolgte Reparatur des linken Fußes der Statue und nickte anerkennend. »Sie beschäftigen ausgezeichnete Restaurateure. Die Museumsbesucher werden von der Beschädigung kaum Notiz nehmen.« »Bislang ist dies der Fall,« bestätigte de Maria erleichtert. »Es wäre gar nicht auszudenken, was alles geschehen könnte, wenn die Öffentlichkeit von dieser ganzen Sache Kenntnis erlangen würde.« Der Assistent wischte sich mit einem Taschentuch demonstrativ den Schweiß von der Stirn, dann fuhr es sich auch noch über seinen kahlen Kopf. Er war vielleicht 50 Jahre alt, von kleiner und leicht untersetzter Statur und überaus verzweifelt. »Sie müssen den Täter finden und die Zehe zurückbringen,« bettelte er beinahe. »Die Polizei scheint dazu nicht in der Lage zu sein.« »Nun, deswegen sind ja wir hier,« versicherte Holmes. »Ich kann Ihnen versprechen, dass das fehlende Fragment in absehbarer Zeit wieder hier im Museum sein wird. Und gewiss wird es Ihren kunstfertigen Angestellten gelingen, eine beinahe unsichtbare Zusammenfügung durchzuführen.« »Ihr Wort in Gottes Ohr,« jammerte de Maria. »Um unsere Ermittlungen fortzusetzen,« erklärte Holmes, »benötigen wir eine Übersicht über jene Mitarbeiter, die hier in der Tribune zu tun haben oder hatten. Uns wäre geholfen, wenn Sie uns eine schriftliche Liste zusammenstellen könnten, die gegenwärtige und frühere Restaurateure umfasst, aber auch das Sicherheitspersonal sowie sonstige Angestellte, die regelmäßig Zugang zu diesen Räumlichkeiten hatten.« »Sie vermuten den Täter unter der Belegschaft?« meinte der Assistenzdirektor irritiert. »Das erscheint mir recht unwahrscheinlich. Ich würde für meine Angestellten die Hand ins Feuer legen. Sie könnten sich verbrennen,« warnte Holmes. Massetti und ich wussten nicht zurecht, worauf mein Freund hinaus wollte, weswegen wir einander fragende Blicke zuwarfen. Als de Maria in Richtung Verwaltungsbüro verschwand, um die angeforderte Liste zu holen, sprach ich Holmes darauf an. »Welche Spur verfolgen Sie hier?«, fragte ich. »Eine, die seitens der Polizei nicht verfolgt wird,«, erwiderte Holmes, »unsere Ermittlungen haben nur dann einen Sinn, wenn wir den Untersuchungen Neues hinzufügen. Es bringt nichts, die bereits von Akaris Männern ausgetretenen Pfade neuerlich zu betreten.« »Aber wie kommen Sie auf das Museumspersonal?«, hakte ich nach. »Hat sie vielleicht eine plötzliche Intuition ereilt?« Holmes schüttelte den Kopf. »Mein lieber Watson,« verkündete er, »Intuition ist ein menschlicher Trugschluss, der vermeint, Zufälle vorherzusehen. Sie sollten wissen, dass derartiges nicht zu meinen Methoden gehört.« Es dauerte nicht allzu lange, bis die Maria zurückkehrte. Er händigte Holmes einen dünnen Aktenordner aus, der die verlangten Informationen enthielt. Mit diesem ausgestattet, verließen wir die Galerie der Akademie wieder. Massetti bestand darauf, uns nun in eine Taverne einzuladen. Es war tatsächlich längst Zeit, ein Abendmahl einzunehmen, daher willigten wir ein. Und so saßen wir bald jeweils an einem Fiorentiner-Steak. Den toskanischen Chianti überließ ich meinen beiden Begleitern, denn ich hatte mir auf meinen eigenen ärztlichen Rat ein wenig Alkoholabstinenz verordnet. Zunächst war ich es, der die Gesprächsführung übernahm. Ihr Vorgesetzter, Dirigente Arkari, bekanntlich gegenüber Massetti, scheint ein misstrauischer Mann zu sein. Offenbar hält er uns für Scharlatane. Aber nein, Dr. Watson, erwiderte unser einheimischer Kollege. Sie müssen verstehen, dass der Dirigente gern die Kontrolle behält. Insbesondere in einem derart wichtigen Fall. Ich kann Ihnen versichern, dass die Tätigkeiten von Sherlock Holmes auch in Italien viel Beachtung finden. Ihre Fähigkeiten stoßen auf Bewunderung und Vertrauen. Sie sagten doch selbst, Sie hätten vergangene Woche einen Auftrag in Rom ausgeführt. Darf ich wohl fragen, worum es dabei ging? Ach, das war nicht weiter aufregend, antwortete ich. Wir haben lediglich das Papsttum, die römisch-katholische Kirche und das christliche Abendland vor dem Untergang bewahrt. Keine große Sache. Massetti begann, über meinen vermeintlichen Scherz zu lachen. Wieder einmal zeigte sich, dass die reine Wahrheit mitunter die beste Tarnung sein kann. Als er sich wieder gesammelt hatte, meinte unser Begleiter, Wie schade, dass es je in Florenz nur um die berühmteste Statue von Michelangelo Bonarotti geht. Mit dem Vatikan können wir leider nicht mithalten. Aber bitte, kommen wir doch zum Konkreten. Was werden unsere nächsten Schritte sein? Wollen wir alle Mitarbeiter des Museums befragen? Holmes nahm einen Schluck Rotwein, um dann die weitere Vorgehensweise zu erläutern. Für das vollständige Abarbeiten von dem Marias Namens- und Adressliste fehlen uns Ressourcen und Zeit. Daher werden wir den Kreis etwas enger ziehen und lediglich ausgewählte Personen aufsuchen. Massetti machte ein verständnisloses Gesicht. Nach welchen Kriterien soll diese Auswahl erfolgen? Die Antwort darauf konnte auch ich liefern. Und ich beeilte mich damit, meinem Freund zuvor zu kommen. Ganz einfach, behauptete ich. Die Möglichkeit, die wir überprüfen wollen, ist eine eventuelle interne Beteiligung aus dem Museum. Sollte dies der Fall sein, so hätte es der Täter kaum riskiert, nach dem Verbrechen weiterhin zur Arbeit zu erscheinen. Daraus folgt, dass wir uns jene Angestellten ansehen, die kürzlich gekündigt haben. Oder gekündigt wurden, ergänzte Holmes. Sie meinen, der Vandalenakt könnte eine Racheaktion für eine Entlassung gewesen sein, fragte Massetti. Das erschien mir doch ein wenig übertrieben. Das wäre es auch, stimmte ich zu. Wenn der Täter tatsächlich ein ehemaliger Museumsmitarbeiter sein sollte, der sich zuvor der Pflege von historischen Kunstwerken verpflichtet hatte, dann hat er hoffentlich einen besseren Grund für sein barbarisches Zerstörungswerk. Holmes erhob sein Glas und war bereits wieder voller Tatendrang. Nun denn, meine Herren, auf eine erfolgreiche Jagd! Auf unserer Liste standen lediglich zwei Namen von Museumsmitarbeitern, die in letzter Zeit aus dem Dienst ausgeschieden waren. Ein gewisser Umberto Caligari gehörte früher zum Reinigungsdienst, während ein Signor Guido Cavana als Restaurateur für die Akademie tätig gewesen war. Als wir uns wieder auf der Straße befanden, um eine Entscheidung über unseren nächsten Weg zu fällen, stellte ich daher die naheliegende Frage, welchen der beiden Männer wollen wir zuerst befragen? Ich plädiere für Caligari. Er hat jahrelang die Kunstwerke abgestaubt, bis er genug davon hatte. Daher schritt er zur Tat. Sei es aus dreister Wut oder aus Bereicherungswünschen. Holmes war anderer Meinung. Die Belästigung Caligaris wäre überflüssig, konstatierte er. Sehen Sie doch, Watson, aus seinem Personalakt geht er vor, dass er beinahe 60 Jahre alt ist. Hatten Sie bei Ihrem Faustkampf und der Verfolgung des Täters den Eindruck, es mit einem angehenden Rentner zu tun zu haben? Auf keinen Fall, gestand ich. Das kann ich definitiv ausschließen. Was ist mit Cavana? Er ist 27 Jahre alt, wusste mein Freund zu berichten. Wenn einer der beiden der Täter ist, dann er. Die Adresse liegt in der Via San Gervasio. Das ist ein Stück weiter nördöstlich von hier, erklärte Mazzetti. Wir werden besser das Automobil nehmen. Bald darauf, es war bereits Abend geworden, standen wir vor der Wohnungstür von Guido Cavana. Unser italienischer Kollege klopfte an die Tür, doch niemand reagierte, auch nicht, als die Bemühungen verstärkt wurden. Offenbar ist er nicht zu Hause, vermutete Mazzetti, der schon kehrt machen wollte. Doch Holmes deutete auf das untere Ende der Wohnungstür. Durch den Spalt zwischen Tür und Boden dringt Licht. Wenn Cavana fortgegangen wäre, hätte er wohl die Lampen ausgemacht. Mazzetti nickte und hämmerte nun überaus lautstark gegen die hölzerne Tür, sodass sie schon befürchtete, er würde sie beschädigen. Dann aber sprang sie plötzlich auf. Offenbar war sie unversperrt gewesen und gab dem Druck nach. Der Polizist zog sofort seine Dienstwaffe und schob die Tür zur Gänze auf, um in die Räumlichkeit hineinzusehen. Nichts bewegte sich. Nichts war zu hören. Vorsichtig traten wir ein, wobei Mazzetti die Vorhut bildete. Es war eine eher ärmliche Wohnung mit bescheidener Einrichtung. Anscheinend wurden die Museumsmitarbeiter nicht allzu fürstlich entlohnt. Der Hauptraum war zugleich Küche und Wohnbereich. Es gab nur ein Nebenzimmer, das rechts anschloss. »Vielleicht ist Kavana da drinnen und schläft«, flüsterte Mazzetti, während er die Türschnalle ergriff und langsam öffnete. Was wir dann zu sehen bekamen, war jedoch eine Überraschung. Tatsächlich lag im Nebenraum ein regungsloser Mann beuchlings auf dem Bett, doch er schlief nicht. Sofort erkannte ich, dass hier ein Gewaltverbrechen geschehen war. Die weißen Laken waren rot vom Blut des Opfers. Ohne zu zögern, drängte ich mich an Mazzetti vorbei, um nach dem Mann zu sehen. »Ist er tot?«, fragte Holmes. Ich fühlte den Puls und bemerkte schwache Lebenszeichen. »Nein«, antwortete ich. »Er lebt noch!« Dann entdeckte ich eine Verletzung am Rücken, die den Anschein einer Schusswunde erweckte. »Der Mann muss sofort in ein Krankenhaus!«, setzte ich fort. »Er wurde angeschossen. Kommen Sie, helfen Sie mir!« Mazzetti und ich drehten den Verletzten auf den Rücken, um ihn für den Transport vorzubereiten. Dabei erkannte ich das Gesicht des Mannes. »Das ist er!«, rief ich aufgeregt. »Das ist der Kerl aus dem Kuppelsaal des Museums, der die Zehe des Davids abgeschlagen hat. Es besteht kein Zweifel, ich erinnere mich an ihn. Und das blaue Auge, das schon wieder abklingt, hab ich ihm verpasst.« »Das Hämatom im Gesicht dürfte gegenüber der Schussverletzung das geringere Problem sein,« stellte Holmes nüchtern fest. »Zudem haben wir es nun mit einer interessanten Wendung zu tun. Der Täter ist zum Opfer geworden.« Wir trugen den bewusstlosen Kavaner hinunter in den Wagen und wiesen den Chauffeur an, ihn in ein Krankenhaus zu bringen und unter Polizeibewachung zu stellen. Die Überlebenschancen schätzte ich als gering ein, denn er hatte viel Blut verloren. Wir sicherten den Tatort und bald darauf trafen weitere Polizisten ein. Sie stellten die Wohnung förmlich auf den Kopf, doch eines fanden sie nicht. Die fehlende, große Zehe von Davids linkem Fuß. Schließlich mussten wir aufgeben. Das Diebesgut befand sich nicht an diesem Ort. Holmes und ich ließen uns nun doch in ein Hotel bringen, da der Abend bereits fortgeschritten war. Es gab nichts mehr zu tun, außer auf die Genesung von Kavaner zu hoffen. Sollte er nicht überleben und Auskunft über den Verbleib der Zehe erteilen, so würde dieser Rest des Rätsels wohl ungelöst bleiben. Nachdem er uns mit unserem Gepäck geholfen hatte, verabschiedete sich auch Massetti von uns. Wir vereinbarten, dass er uns am nächsten Morgen wieder abholen sollte. Man hatte uns in einem Doppelzimmer einquartiert und ich wollte eigentlich rasch zu Bett gehen. Doch Holmes hatte noch den Wunsch, die Ereignisse zu rekapitulieren. Es ist bedauerlich, dass Kavaner so schwer verletzt worden ist, meinte er missmutig. Dem musste ich beipflichten. Allerdings, wie sollen wir nun erfahren, wo Davids Zehe ist? Das meinte ich nicht, erwiderte Holmes. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich Sie von dieser Sorge demnächst befreien werde. Nein, Watson, die Tragik liegt vielmehr in der Tatsache, dass Kavaner nur eine geringe Schuld trifft. Eine geringe Schuld? Wiederholte ich empört. Hören Sie, Holmes, der Kerl hat ohne jeden Respekt ein 400 Jahre altes Meisterwerk des großen Michelangelo stark beschädigt. Das ist nicht nur ein Verbrechen nach dem italienischen Strafgesetzbuch, sondern auch ein Verbrechen an der menschlichen Kunst- und Kulturgeschichte. Ein Verbrechen, auf das die Todesstrafe steht? fragte Holmes. Das gerade nicht, musste ich kleinlaut eingestehen. Und doch hat jemand eigenmächtig genau dieses Strafmaß verhängt, setzte mein Freund fort. Und soweit es mich betrifft, hat die Überführung dieses Täters nun Priorität. Wer hat auf Kavaner geschossen und warum? Ich musste nicht lange nachdenken. Kavaner hat sich vermutlich mit kriminellen Hehlern eingelassen, als er sein Diebesgut zu Geld machen wollte. Vielleicht gab es eine Meinungsverschiedenheit über den Preis oder der Mittelsmann wollte Kavaner überhaupt nicht bezahlen, sondern den gesamten Gewinn alleine einstreifen. Eine naheliegende Vermutung, attestierte Holmes. Doch sie ist nicht zutreffend, denn die Zehe befand sich nicht in Kavaners Besitz. Nun, derjenige, der auf ihn geschossen hat, wird auch die Zehe mitgenommen haben, stellte ich fest. Das ist doch völlig logisch. Sie missverstehen mich, Watson, entgegnete Holmes. Kavaner hat Davids Zehe niemals besessen, da er sie im Museum nicht an sich nehmen konnte. Daran haben sie ihn ja selbst gehindert, als sie ihn mit Faustschlägen in die Flucht getrieben haben. Zweifellos machte ich ein überaus verständnisloses Gesicht, weswegen Holmes seine Ausführungen zugleich ergänzte. Als sie Kavaner vergeblich verfolgt haben, lag das abgeschlagene Stück des linken Fußes immer noch am Boden vor der Statue. Ich legte die Stirn in Falten und erwiderte, aber als ich zurückgekommen bin, war es nicht mehr dort. Wie kann das sein? Liegt denn das nicht auf der Hand? antwortete Holmes. Jemand anderer hat die Zehe in der Zwischenzeit an sich genommen. Das ist nicht möglich, behauptete ich felsenfelsch. Es war doch niemand außer uns anwesend. Zum fraglichen Zeitpunkt des Verschwindens der Zehe war sogar niemand im Kuppelsaal außer Ihnen, Holmes. Ganz recht, mein lieber Watson, bestätigte mein Freund. Plötzlich beschlich mich ein entsetzlicher Verdacht. Aber, Holmes, stotterte ich, Sie haben doch nicht etwa... Ohne ein weiteres Wort zu sagen, öffnete Holmes seinen Koffer, der auf dem Bett lag. Er kramte ein paar Sekunden darin herum, ehe er einen Gegenstand zwischen den Kleidungsstücken hervorzog, um ihn mir zu präsentieren. Das darf doch nicht wahr sein, rief ich. Davids Zehe, Sie haben Sie gestohlen. Warum denn nur und vor allem, wann wollten Sie mir das mitteilen? Der jetzige Zeitpunkt erschien mir geeignet, erklärte Holmes seelenruhig. Zuvor wollte ich Sie nicht von unseren Aufgaben in Rom ablenken, weswegen die Zehe im Vatikan in meinem Koffer blieb. Und wieder in Florenz wollte ich zuerst sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Dies geschah auch zu Ihrem Schutz. Holmes, verdammt! entgegnete ich irritiert. Wie sollen sich die Dinge denn entwickeln, wenn wir im Auftrag des Florentiner Bürgermeisters einen Dieb suchen, der Sie selbst sind? Wollten Sie sich am Ende selbst verhaften und der Polizei ausliefern? Ich stehe knapp davor, Sie in eine psychiatrische Anstalt einweisen zu lassen. »Reden Sie keinen Unsinn, Watson!« ermahnte mich Holmes. »Selbstverständlich hatte ich einen guten Grund, die Zehe in der Tribuna mitzunehmen und dies geheim zu halten. Tatsächlich geht es hier um einen größeren Fall.« Ich atmete tief durch und meinte Schicksals ergeben. »Also bitte, dann klären Sie mich auf.« »Folgendes ist geschehen«, begann Holmes mit seinem Bericht. »Als Sie den mutmaßlichen Vandalen verfolgt haben, kam ich nicht umhin, das abgeschlagene Fußstück aufzuheben. Dabei ist mir etwas Erstaunliches aufgefallen. Sehen Sie selbst.« Mit diesen Worten überreichte er mir die Zähe, die sich als recht schwer erwies. Ich betrachtete das Marmorstück von allen Seiten, um zu dem Schluss zu kommen. »Ich kann nichts Besonderes entdecken. Worauf wollen Sie hinaus?« »Konzentrieren Sie sich auf die Bruchstelle!« forderte Holmes auf und reichte mir eine Lupe. Ich tat wie befohlen, blieb aber bei meinem Erkenntnisstand. »Was ist damit?« fragte ich ungeduldig. »Werden Sie mir jetzt endlich sagen, worum es geht?« »Um die Struktur des Marmors!« erklärte Holmes, damit die Zähe wieder aus der Hand nahm. »Um genau zu sein, um die innere Struktur. An der glatten Oberfläche der Statue kann man es nicht erkennen, doch an der Bruchstelle sieht man, dass dieser Stein eine seltsame Beschaffenheit hat. Die kristalline Körnigkeit ist grob. Die Kalzitkristalle messen bis zu 0,6 Zoll.« »Das ist ja höchst interessant und überaus aufregend!« stellte ich etwas unernst fest. »Nun, wie Sie wissen, bin ich Arzt, kein Mineraloge oder Chemiker wie Sie. Inwiefern ist diese Beschaffenheit von Interesse?« Holmes legte die Zähe des David wieder auf das Bett und trat mir mit erhobenem Zeigefinger entgegen. »Sie wissen vielleicht«, setzte er seine Erklärungen fort, dass Michelangelo eine bestimmte Marmorsorte für seine Bildhauerei bevorzugte. Dabei handelt es sich um den berühmten weißen Statuaro aus den Steinbrüchen bei Carrara. Dieser ist besonders gut geeignet für derart kunstfertige und präzise Arbeiten, wie sie die italienischen Renaissance-Künstler vollbracht haben. Aus einem einfachen Grund. Das Statuario verfügt ihm eine äußerst feine Kristallstruktur und daher eine Weichheit, die der künstlerischen Bearbeitung dienlich ist. Michelangelo wäre es niemals in den Sinn gekommen, einen anderen, minderwertigen Marmor zu verwenden. Und doch ist die Zähe, die von der David-Statue stammt, eindeutig anderer Herkunft. Es ist kein Statuario aus Carrara, sondern, wenn man die durchaus vergleichbare weiße Farbe in Betracht zieht, eher griechischer Marmor, vermutlich aus Naxos. Das ist die Erkenntnis, die sich mir im Angesicht der abgeschlagenen Zähe in der Tribune eröffnet hat. Mir war sofort klar, dass ich hier einem großen Geheimnis auf der Spur war, dessen Erörterung aber noch ein wenig warten musste. Deshalb sind wir nach Florenz zurückgekehrt, um das Rätsel des falschen Marmors zu lösen. Mir war bewusst, dass Holmes keinesfalls leichtfertig zu seinen Einschätzungen kam, wenngleich seine Methoden manchmal fragwürdig erschienen. Ich hegte keinen Zweifel, dass seine Analyse des Marmors korrekt war, doch erschloss ich mir noch nicht, was daraus folgte. Dementsprechend äußerte ich mich. Ich muss gestehen, dass dies eine bemerkenswerte Entdeckung ist. Müssen wir nun annehmen, dass Michelangelo bei der Marmorlieferung betrogen wurde? Dieses Verbrechen wäre ja wohl inzwischen verjährt. Holmes schüttelte den Kopf. Nein, nein, entgegnete mein Freund sofort. Michelangelo wäre es natürlich rasch aufgefallen, wenn er keinen doskanischen Statuario vor sich gehabt hätte. An seiner Arbeit ist nichts auszusetzen, denn sein David wurde gewiss aus einem Marmorblock aus Carrara gehauen. Dies trifft jedoch nicht auf jene Davids Statue zu, die sich gegenwärtig in der Akademie der schönen Künste befindet. Ich fiel endgültig aus allen Wolken. Sie meinen, stammete ich, die Statue im Museum ist nicht der echte David? Eine Fälschung? Zumindest eine Replik, antwortete Holmes. Eine Kopie, wenn Sie es so wollen. Ist das denn möglich? fragte ich unsicher. Kann man ein täuschend echtes Ebenbild des Originals erschaffen? Natürlich, behauptete Holmes. Es gibt durchaus verschiedene Nachbildungen von Michelangelos David. Eine befindet sich sogar in London und wurde Queen Victoria geschenkt. Hierbei hat man die Stelle in der Körpermitte allerdings mit einem Feigenblatt verdeckt, um ihre Majestät angesichts vollständiger Nacktheit nicht in Verlegenheit zu bringen. Und es sind keine Unterschiede zu bemerken? hakte ich nach. Äußerlich nicht, erwiderte Holmes, doch am Material sehr wohl. Die meisten Kopien sind aus Gips oder Bronze, womit die Diskrepanz leicht zu erkennen ist. In unserem Fall wurde jedoch eine Marmor-Replik erschaffen, was zweifellos das Werk eines begabten Künstlers oder zumindest Handwerkers sein muss. Ich kann nicht sagen, wie lange schon diese Nachbildung hier in Florenz als vermeintliches Original fungiert oder wo sich das wirkliche Original befindet. Nur eine steht fest, in der Tribuna ist nicht das Werk Michelangelos zu sehen und die abgeschlagene Zehe ist der Beweis. Und niemand hat es bemerkt, murmelte ich. Da muss ich widersprechen, entgegnete Holmes. Einer hat es wohl herausgefunden und ich gehe davon aus, dass es Guido Cavana war. Ihm muss im Zuge von Restaurierungsarbeiten aufgefallen sein, dass mit der inneren Kristallstruktur des Marmos etwas nicht stimmt. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat er seine Erkenntnis mit einem Vorgesetzten geteilt, doch man war nicht bereit, der Sache nachzugehen. Nicht unbedingt deshalb, weil man Cavana nicht glaubte, sondern eher deswegen, weil es ein schwerwiegender und skandalöser Verlust für die Akademie und ganz Florenz gewesen wäre, wenn Michelangelos berühmte Statue als Fälschung entlarvt worden wäre. Zumal, wenn man nichts über den Verbleib des Originals wusste. Daher wurde Cavana entlassen, um ihn von der Tribuna fernzuhalten. Dieser wiederum sah keine andere Möglichkeit der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen, als sich auf eigene Faust ein Beweisstück zu beschaffen. Er kehrte ins Museum zurück und schlug der Statue eine Zehe ab, mit der er seine Entdeckung belegen wollte. Doch leider, mein lieber Watson, sind sie ihm dabei in die Quere gekommen. In diesem Lichte ist dies zu bedauern, konstatierte ich. Aber was machen wir nun mit unserem Wissen? Holmes musste nicht lange überlegen. Wir werden morgen früh die Museumsmitarbeiter in der Tribuna versammeln. Masetti soll Dirigente Arcari mitbringen, dann werde ich unsere Ergebnisse präsentieren und auch denjenigen überführen, der auf Cavana geschossen hat. Ich muss gestehen, dass ich in der folgenden Nacht kaum schlafen konnte. Die aufwühlenden Erklärungen meines Freundes schwirrten durch mein Gehirn, die Konsequenzen meines eigenen Handelns ließen mich betrübt zurück, auch wenn ich nach bestem Wissen und Gewissen agiert hatte. Und nicht zuletzt sorgte ich mich auch ein wenig darum, wie Holmes seinen Diebstahl und dessen Vertuschung gegenüber den florentinischen Behörden rechtfertigen wollte. Holmes hingegen war am nächsten Morgen voller Zuversicht. Vielleicht war ihm die volle Tragweite seiner Entdeckung noch gar nicht bewusst geworden. Auf dem Weg vom Hotel zum Museum legte Holmes dem erstaunten Masetti seine Erkenntnisse dar und übergab ihm auch die abgeschlagene Zehe. Er suchte ihn jedoch, sich vorerst nichts anmerken zu lassen. Die Galerie der Akademie blieb am Vormittag für Besucher geschlossen. Stattdessen fand im Kuppelsaal im Angesicht des beschädigten und falschen David eine Versammlung des höher gestellten Museumspersonals statt, zu der die Polizei auf unser Ersuchen geladen hatte. Nach einer kurzen Einleitung von Polizeidirektor Akari, der sich mit der Situation nicht so recht anfreunden konnte, aber trotzdem zur Kooperation mit den ungeliebten englischen Ermittlern aufrief, ergriff Holmes das Wort. Meine Herren, begannen seine Ausführungen. Wir haben uns hier versammelt, weil ich im Auftrag des Bürgermeisters in einem Kriminalfall rund um dieses Museum ermittelt habe. Und nun ist es an der Zeit, die Resultate zusammenzufügen. Es ist nicht lange her, dass der David-Tatue durch einen vermeintlichen Vandalen die große Zehe des linken Fußes abgeschlagen wurde. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass für diese Tat ihr ehemaliger Kollege Guido Cavana verantwortlich ist. Er ist in Polizei gewahrsam, befindet sich infolge einer Schussverletzung ungeklärten Ursprungs, jedoch in einem Krankenhaus, wo die Ärzte sich bemühen, sein Leben zu retten. Sollte er nicht überleben, dann wird er uns nicht sagen können, warum er die Tat begangen hat. Und ebenso wenig wird er uns verraten können, wer auf ihn geschossen hat. In diesem Fall käme der Mörder davon. Doch kehren wir zum ersten Punkt zurück. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, die fehlende Zehe des David wurde gefunden. Das ist ein Verdienst des Agente Masetti, der das Fragment nun an Dirigente Arcari übergeben möge. Gewiss wird man diese wichtige Entdeckung in seiner Dienstakte anerkennend festhalten. Masetti entsprach der Aufforderung und präsentierte die Zehe, um sie so dann an Akari auszuhändigen. Unter den Anwesenden machte sich Erleichterung breit, einige ließen sich zu einem kurzen Applaus hinreißen. Die schlechte Nachricht ist, setzte Holmes fort, dass die Untersuchung des Bruchstückes zu gewissen Unklarheiten geführt hat, die ich hier nicht weiter ausführen möchte. Dies bleibt den einheimischen Wissenschaftlern überlassen. Eine der hier anwesenden Personen wusste jedoch über diese Unregelmäßigkeit Bescheid und dieses Wissen war das Motiv für den Mordanschlag auf Guido Carvana. Doch nur Carvana selbst kann uns sagen, wer diese Person ist. In diesem Moment kam ein uniformierter Polizist herein und näherte sich Masetti, um ihm etwas ins Ohr zu flüstern. Dieser wiederum begab sich zu Holmes, um dasselbe zu tun. Holmes nickte und wandte sich wieder an die Anwesenden. Meine Herren, wir haben soeben eine Nachricht aus dem Krankenhaus erhalten. Die Operation von Signor Carvana ist gut verlaufen. Er ist über den Berg und bereits aufgewacht. Auch konnte er uns den Namen des Attentäters nennen. Accente Masetti wird ihn nun verhaften. Alle anderen können gehen. Danke für Ihre Geduld. Nach einem gewissen Rumoren unter den anwesenden Museumsmitarbeitern lehrte sich der Kuppelsaal. Neben uns und den Polizisten blieb lediglich der Assistenzdirektor atilio de Maria zurück, der wusste, dass er überführt war und leugnen zwecklos wäre. Nur kurz versuchte er, sich für den Mordversuch zu rechtfertigen. Carvana wollte alles zerstören. Wenn seine Erkenntnisse an die Öffentlichkeit kommen, ist die Akademie verloren. Florenz ist verloren, ganz Italien. Ich konnte es nicht zulassen, dass wir in Verruf geraten und als Betrüger diffamiert werden. Ich bitte Sie, Mr. Holmes, Dirigente Arcari, verhindern Sie es, dass wir zum Gespött der Welt werden. Während Arcari natürlich nicht wusste, wovon de Maria sprach, legte Masetti dem Assistenzdirektor Handschellen an und erklärte, ich verhafte Sie wegen Mordes an Guido Cavana. Mord? wiederholte de Maria. Aber Cavana hat doch überlebt. Holmes schüttelte den Kopf. Leider nein, wir haben zuvor die Nachricht erhalten, dass er am Operationstisch gestorben ist. Ihnen gegenüber das Gegenteil zu behaupten, war eine kleine Notlüge, um Ihnen das Geständnis zu erleichtern. De Maria bedachte uns noch mit allerlei italienischen Beschimpfungen, während er von Masetti abgeführt wurde. Dann trat Dirigente Arcari auf Holmes und mich zu. Meine Herren, meinte er, im Namen der Polizei von Florenz bedanke ich mich für Ihre Unterstützung. Sie haben dazu beigetragen, die Zehe der David-Statue wieder zu beschaffen und nebenbei auch noch einen Mord aufgeklärt. Sollten Sie diese Episode jemals zu Papier bringen, Dr. Watson, dann behandeln Sie uns doch bitte mit etwas Nachsicht. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine gute Heimreise. Ich nehme doch an, Sie werden Florenz in Bälde verlassen und von weiteren Einmischungen absehen. Tatsächlich hielt uns nun nichts mehr in Italien. Bereits wenige Stunden später sollten wir einen Zug besteigen, der uns über Frankreich an die Küste des Ärmelkanals bringen würde. Zuvor mussten wir jedoch noch eine Audienz beim florentinischen Bürgermeister absolvieren, dessen gute Stimmung über den gelösten Fall verflog rasch, als ihm Holmes die Wahrheit über die Davids-Tatue verriet. Es folgten hektische Telefonate mit der Regierung in Rom, die für mich ein unerhörtes, für Holmes ein erwartbares Ergebnis erbrachten. Man war entschlossen, die Fakten weiterhin geheim zu halten. Niemand sollte erfahren, dass im Kuppelsaal des Akademiemuseums zu Florenz eine Fälschung stand. Wir wurden auf absolutes Stillschweigen eingeschworen, ebenso Agente Masetti. Obwohl er wusste, dass mich diese Vertuschung empörte, versprach Holmes die geforderte Geheimhaltung. Denn Florenz braucht Michelangelos David. Und nun, da ich den Bericht über den florentinischen Fall niedergeschrieben habe und hiermit beende, ist mir bewusst, dass er zu unseren Lebzeiten nicht veröffentlicht werden darf. Ich hoffe jedoch darauf, dass eines Tages, wenn alle Beteiligten die irdischen Gefilde verlassen haben, es doch möglich sein wird, die Wahrheit über die falsche David-Statue ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen.